Hallo Menschen, wir sind gerade in München, weil mich so ein freundlicher Herr vom SWR angeschrieben hat, ob nicht ich und andere Booktuber ein kleines Interview machen wollen. Da gibt es dann irgendwann so ein Special beim Rundfunk und wir melden euch dann bestimmt auch nochmal, wann und wie und was und wo. Und ich will euch einfach nur ein paar Eindrücke zeigen von meiner Reise hierher, denn diesmal hatte ich einen kleinen Kameramann dabei, der mich auch mal gefilmt hat. Und dann zeigen wir euch, wie es hier so ist. Ja, Kameramann. Und ich glaube, das war es auch schon. Dann viel Spaß damit und bis bald wieder. Bis bald. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.